Ja moin, wir sind schön und brennen Leon. Hallo. Hallo. Cool, wegen Solarplatte. So, wir gehen nun mal in die Mining Dimension. Da müssen wir glaube ich Kristalle sammeln. Oh, er. Die habe ich auch gerade gesehen. Ich wollte durchjumpen und dann wieder runterfallen. Durch das Portal, runter vom Gebäude. So. Sieht cool aus. Guck mich an. Was machst du? Irgendwie auf dem Boden? Also so. Was würdest du auf dem Boden? Minionswerkbart. Ah, den muss ich tragen. Oh, geil. Hey. Äh, ich habe nicht mehr den Zutulio-Helm. Okay, schade. Ja, und Banagen habe ich auch. Ah, wir müssen rübergrounden. Da muss ich mal meinen Rucksack hier wegmachen. Jetzt unbedingt so ein Teil mitnehmen. Warte kurz. Ah, kannst du noch nicht. Später kannst du so ein Teil mitnehmen. Einen Roboter. Okay, wir müssen Kristalle abhauen. Und dann, wir reden. Ja. Mehr. Ja. Ich drücke doch R. Du musst davor schlagen. Ach, du musst... Nein, nein, wir müssen jetzt einfach einsammeln, ja. Einen kaputt machen. Genau. Nee, ich kann ja nichts einsammeln. Doch, mit der Zunge. Mit der Zunge hier hinbringen. Aber später haben wir den Roboter und dann geht es viel schneller. Einfach ein bisschen machen. Wieviel brauchen wir. Man, ich habe mich wieder späulen lassen, weil ich würde verstehen, wie die Meinung der Menschen Gott geht. Oh, nicht Gott. Gott geht sie nicht, aber geht. So. Die geht. Die gotet. Die gotet immer schön. Hier habe ich noch einen Kristall. Was ist mit dem... Ah, den hast du geschossen. Ich dachte schon, der muss mal einsammeln. Ich glaube... Ich glaube, blaue sind bestes grüne. Aber ich tue jetzt mal die grünen noch machen. Oha, das sind viele blaue. Okay, gut. Dann hole ich mir auch noch blaue, weil die eben besser sind. Aber steht das irgendwo... Ich sehe keinen... Ah, da unten 15 von 16 habe ich. Wahrscheinlich ja. Ich hoffe, wir können das zusammen sammeln. Es zählt für uns beide. Level 5. Ah, deshalb. Ich dachte schon, ich habe irgendwie mehr. Level 6. Ja, eben wäre ja blöd, wenn wir das alles getrennt machen müssen. Dann ist das ja gar kein guter Multiplay. Aber so Gottstatuen leider schon. Ja, gut. Ich hätte es besser gemacht. Ja, ich wollte heute wirklich schon mit dem Spiel wieder weitermachen. Aber ich muss ja neu anfangen. Und ich habe irgendwie gar keine Lust. Ich werde schon ein gutes Spiel machen, aber ich möchte irgendwie auch nicht so arbeiten müssen. Was ist das eigentlich? Kopfstoß. Agatha-Kristall. Ich habe ein Agatha-Kristall. Hm. Gut. Müssen wir jetzt noch was machen? Reiche Level 10. Ja, da oben steht es. Ich dachte schon, es geht einfach endlos. Wie viele Levels gibt es? 1000? Hey, hier. Wahrscheinlich Hund. Ja, ich wundet. So, es kommt noch eine Quest mit der Reiche Level 100 oder so. Okay. Steht das hier? Man. Da oben sind blaue die Hunde. Also jetzt haben wir beide den Roboter oder den kannst du immer mitnehmen mit der Zunge und dann wird es automatisch eingesammelt. Und das wollte ich wissen, weil ich mag so Grinding-Sachen echt nicht. Ich will nicht irgendwelche Sachen mit der Zunge einsammeln und irgendwo hinbringen. Und auch diese Emotionen, also diese Sachen, wo man irgendwelche Emotionen einsetzen muss, äh, mag ich auch nicht so in diesem Spiel. Auch in Diablo 4 kommt das immer wieder vor. Genau. Jetzt nimmst du einfach einen mit zu einem guten Kristall und tust den Kristall kaputt machen. So. Und dann sind wir bald fertig. So, der Collected das selber. Ja eben. So. Und deshalb geht das 1000 Mal schneller. Und ich wollte ja wirklich wissen, wie kann man das besser machen? Ja, ich kenne das aus Path of Exile. Das heißt dort Delft. Und das ist auch manchmal mühsam und alles. Ja. Ich gehe mal rund. Ja, ich gehe mal hoch. Oder gehst du hoch und ich runter? Wo bist du? Ich mache gerade das mit meinem Roboter. Ja, ja. Aber eben, ob du jetzt hoch gehst die Mine oder runter gehst. Ja, ja. Ich gehe hoch. Also dann gehe ich mal runter. Hoch. Ganz oben gibt es, glaube ich, sehr starke Kristalle. Aber unten. Ja, wir wollen ja das richtig schnell machen. Gibt es hier, gibt es die Goldstatuen? Ich glaube, ich glaube, hier gibt es keine. Nein, hier nicht. Aber hier bekommst du halt so ein Kristall. Ja, aber es ist ja nicht Quest. Ja, genau. Okay, ich bin ganz runter gefahren. Also unten ist gar nicht viel. Ich muss auch hoch. Einfach an einer anderen Stelle als du. Ich trage meinen Roboter ist weggegletscht. Ja, jetzt muss ich einfach wieder runter gehen zur Plattform und dann neuneinhalb. Aber ich habe ihn wieder. Okay. Aber einfach schauen, dass du, wenn du ihn loslässt, nicht eine Schräge hast, weil du sonst... Ja, ich merk's. Ja, eben. Genau, das wollte ich ja auch zuerst beibringen. Oh, ich habe einen grossen Füster. Hier ist ein Zwerg. Hier ist ein Zwerg. So, wir haben Level 16. Okay, das geht wirklich schnell. Ja, wir müssen jetzt über 60 werden. Naja, das geht viel schneller. Du kannst auch mehrere Kristallen in der Nähe machen und dann den Roboter einfach immer wieder stossen. Und mache ich die ganze Zeit? Ja. Ich habe jetzt einfach das gemacht, weil es ganz viele hier sind. Sonst habe ich nur kurz geschlagen und ging auch schnell. Aber auch kaputt muss er gehen. Hm. Meh, 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 meh. Immer nur meh. Heute haben sie mega gut über die Schweizer Nationalmannschaft geredet. Alle. Also auch in Deutschland und Österreich. In England. Keine Ahnung, was jetzt gerade die Schweiz gut macht. Ähm, natürlich macht Deutschland auch alles gut. Aber wir haben irgendwie bei Deutschland Respekt von Spanien. Ja, wir haben wirklich Respekt vor Spanien. Eben. Weil Spanien ist mit einer der Favoriten. Genau, eben. Aber ist ja Italien auch gewesen und die Schweizer haben sie zerstört. Ja, wenn Georgien heute Spanien rausholt. Oh, gegen Georgien. Oh. Das ist die Überraschungsmannschaft von der EU. Dann habe ich alles gesehen. Ja, dann hast du alles gesehen. Oh, wenn Deutschland so eine richtige Kanterniederlage gegen Georgien kriegt. Ja, ja. Aber es kann sein, dass die Schweiz plötzlich absinkt oder und auch schlecht ist. Es kann alles passieren an der EU. So geil. Oh, schon 41. Wow. Ich habe einen grossen gehabt. Grossen. Amethysten. Ja, die Amethysten sind noch besser, aber ich habe jetzt gerade hier keine. Oh, der Robot ist langsam kaputt, wenn ich weiter so schlage. Ich bin hier, wo ganz viele blaue sind. Amethysten sind noch weiter oben. Was habe ich? Also blau? Nein, Lila ist die Amethysten eigentlich, ja. Naja, Lila. Ja. Die sind aber einfach oben. Liga, ich komme hier nicht hoch. Ich bin extra nicht ganz hoch, weil ich habe eine schlechte Störung, aber sensible Störung. Ja, das muss ich auch ein bisschen schauen bei meinem Game. Ich möchte das nicht so sensibel machen, dass andere auch so mega sensibel haben. Ah, hier habe ich Amethysten. Ich bin mit Amethysten hier. Ja, wir haben es geschafft. Oha. Oh. Ah, ja, genau, genau. Was ist das? Das ist ein Bohr. Also eine Krone, die Bohr zeigt und jetzt können wir durch das Tor dort. Müssen wir jetzt unseren Roboter wieder mitmachen? Wir haben gar keine Level mehr? Okay. Nö, musst du nicht. Aber ich nehme ihn mit. Ich komme mal zu dir. Ja, nein, wir sind zurück oder so. Da. In die Richtung. Komm, hier unten. Ich nehme den Roboter noch mehr mit in die Höhle rein. Und jetzt muss er Geduld haben, gell? Jetzt muss er Geduld haben. Kleinen Ruder heisst es. Einfach durch. Aber jetzt immer wieder durchbrechen. Jetzt muss er ein bisschen Geduld haben. Und die Zuschauer halt auch. Aber es macht schon ein bisschen Spaß. Wir können ja auch uns ein bisschen durchglitschen. Mach mal schneller. Wir setzen stark. Wie muss man da? Wie bort man? Ach so, mein Gott, du musst gar nichts drücken. Okay. Hat die ganze Zeit irgendwas gedrückt? Ich habe auch immer die Taste gedrückt. Okay. Es ist einfach ein bisschen blöde, dass es jetzt ein bisschen geht. Aber scheinbar wollen wir einfach trollen. Okay. Ja, ist klar. Ich musste F drücken. Bis ich das gemerkt habe. Oh ja, jetzt müssen wir noch mehr. Jetzt musst du die kleinen Arme, also wo die Laser dran sind, die Beine kaputt machen. Die Rubine? Ja. Wenn die Rubine weg sind, du musst. Ah, dann haben wir den Kristall in den Roten. Das ist nämlich der Seelenstein. Der ist eigentlich physisch. Der ist nur so schwammig, so ein Nebel. Nicht ein Nebel, aber so flüssiger. Genau, der Ruder. Und den müssen wir jetzt da hoch zum Capybara bringen, oder was? Der geht, glaube ich, automatisch dorthin, wo der Infinity Glove ist. Ja, guck mal, wie ich da wieder liege. Aber wie du rollst, also du drehst das Ruder und mit dem Ruder fliegst du sozusagen. Ja, oha. Also der Capybara ist Thanos und du bist zum Beispiel einer von den Superhelden. Oh. Hä, die lösen etwas aus, Kristalle. Krass. Das ist ein großer Kristall. Ich weiß auch, wo noch so ein Teil war. Ich hab auf jeden Fall gelegt, ich hab auf jeden Fall, äh, hinten bei, ähm, wie heißt das? Äh, Olympus. Mach mal, mach mal das Rud, äh, komm mal kurz einfach zu mir. Ja. Oder wir... Ähm. Was passiert mir? Ah, das ist das Fliegerding, das geht gleich wieder weg. Ähm, komm mal zu mir hoch, wenn du kannst, ja. Jetzt, ähm, schlägt mal mich und ich schlägt dich. Genau, und jetzt machen wir das Ruder an. Das geht nicht, äh. Schade, ich dachte, man kann... Oh, ich kann dich zum Beispiel wegschleidern. Tschüss. Und tschüss. Aber hier muss man ja irgendwie hochkommen. Ich fange dich. Irgendwie... Guck mal hier unten. Hm? Erze verorten. Okay, wir müssen nochmals dann mitnehmen. Nö, sehe nicht. Boom! Ich bin mal weg. Aua. Ah, wir müssen... Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das mit Erzen füllen hier. Ja, aber wie... Wie kann man die Erze denn... Na, hier sind... Hier sind... Hier sind grüne Erze. Ich glaub, die sind über die Map vertreut. Mhm. Und die muss man dort rein tun. Ja, da machen wir jetzt einen Sammelpark momentan, weil ich ja... Aber eben kann ja die Erze nicht... Hier ist noch ein Erz. ...nicht gut dorthin bringen. Ja, wo muss ich jetzt sowieso wieder hin? Noch weiter hoch? Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn man die Erze... Ah, okay. Ich komm nicht rüber. Hm. Aber es gibt ein Problem mit der Erze. Hey, das ist dieser Star Wars. Der Win... Dieser... Dieser Ball da, der rote. Ja. Ah, ich muss hier... Hier muss ich wieder jumpen. Ich hab hier einen Amethyst für das Ding. Ja. Ich hab das leichte Gefühl, dass... Wir brauchen einen Amethyst. Wir brauchen einen grünen Stein verloren haben, weil du die Explosion ausgelöst hast. Ja, da drüben hat's ja noch genügend. Hier unten ist noch einer. Ja, hier hat's auch noch einen. Da ist noch ein blauer. Den brauchen wir auch. Oh man, ich komm nicht gut hoch. Hier. Und dann? Einfach hinlegen? Ah, du hast... Man hat zu viel. Also hier ist noch ein Türkisser. Hey, hier ist was. Mhm. Wir haben gleich... Ja, ist schon etwas gekommen. Okay, das nächste Kleid ist ein Bergbauzwerg. Das ist cool. Ja, wir müssen jetzt noch was blaues da oder in vorne. Ja. Ja. Aber blau haben wir auch schon genug. Wir brauchen nur Lila und Lila waren unten auf der Schiene. Ähm... Wo ist die Schiene? Blau ist voll. Ja eben. Es sieht so aus, als wird's nicht voll sein, aber es ist voll. Nein, es ist nicht voll. Es ist nicht voll, aber ein Kristall... Jetzt ist voll. Aber der Kristall hat's nicht angenommen bei mir. Ich hab' ihn hingelegt. Dort drüben hat's pink. Aber in der Nähe hat's keine pinke. Nur blaue mehr. Ist nicht auf der... Sagst du nicht Schiene? Auf der Schiene drüben, ja. Aber ich komm' ja nicht gut hoch dann wieder. Doch. Kannst du da unten, ist ein Ventilator. Ja, okay. Also ich geh' mal rüber. Da ist Blitz. Also hier kannst du zum Beispiel hoch laufen. Das ist eine Treppe. Und dann ist hier, ja. Also eine ist noch hier, wo ich bin. Komm' mal rüber hier. Hier ist ein Riss. Ja, aber komm, wir machen jetzt... Ja, ja. Das haben wir schon. Da kamen, glaube ich, auch fester raus. Aua! Hey! Hey! Nein, nein! Container! Ah! Die haben mich angezogen. Ja, da kommen Container. Aber irgendwo kamen ja fester und alles mögliche. So, jetzt muss ich hier hoch. Aber hier ist noch hin. Aber hier ist noch hin. Ich muss irgendwo gucken, wo... Aua! Genau, auf der Schiene ist noch ein Kristall. Ja, den hab' ich mitgenommen. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir das auch wieder hin. Jetzt ist schon wieder eine Waffe dort oder so. So, Standard-Firmen-Hörner. Okay, ist ne... Ah, das ist ne... Das ist ne Spitzhacke. Ja, ich hab' ihn... Jetzt machen wir trotzdem noch mehr. Du musst den hier in... Zwei ungefähr braucht man noch. Ja, ja. Zum Roboter bringen, ja. Ja, ich hab' bereit. Ich hab' noch rein. Und das ist auch ne Statue. Hier ist auch ne Statue. Wo ist die Statue? Hier oben, auf dem... Und der... Und der... Hier ist der Stein. Oha. Oh nein. So. Rüberbringen. Aua. Man fällt immer so flach runter. Eins fehlt noch. Hui, ich komme. Geschafft. Erze horten. Oha! Dein änerer Zwerg ist zufrieden. Und jetzt haben wir dieses Pet. Ja, ja. Wir haben diesen Roboter jetzt. Oha! Was macht der? Was macht der sonst? Ich mach' mal die... Schuhe... Äh... Ach, der Helm weg. Wie geil. Lass hier jetzt starke Vegetation machen. Ich mach' wieder die Flamme. Und... Aber was kann man... Kann man nichts auslösen. Das ist nur ein Pekt. Also das ist nur ein optisches Wesen. Ich zünde dafür alles an. Oha, komm her. Wir müssen das zusammen machen. Ja, wie denn? Du musst... Ja. Hier das... Dieses Gerätchen... Ja, wo ist der Rasen mehr? Ja. Hier, das brennt hier. Du musst hier diese Schneide nehmen. Genau. Und jetzt einfach hier drüber. Oha. Da müssen wir schnell genug sein. Vielleicht müssen wir noch etwas machen. Ey, es ist kaputt. Deshalb geht's nicht. Es ist verbrannt. Doch, es geht. Doch, es geht. Doch, es geht bei mir. Und ich wurde runtergeschmissen von dir. Ja, wie? Ich habe ja nicht geschlagen. Doch. Hm. Ich sehe manche Sachen nicht. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen grob zu dir bin. Ich glaube, da müssen wir noch etwas Spezielles machen. Oder in der Mitte einfach drehen. Ah, man kann sich ja nicht gut drehen. Ich glaube, das geht noch nicht. Da brauchen wir ein bestimmtes Item noch dazu. Ja, es geht. Das geht aber. Wir müssen das zusammen machen. Ja, aber wir haben es ja zusammen gemacht. Ja, und dann wurde ich runtergekickt. Warte, ich komm mal hoch. Wir probieren es nochmal. Ich sag, wenn man so sensibel Störungen hat und alles. Und wenn man brennt. Vielleicht habe ich ja automatisch runtergekickt. Weil die nicht gebrannt hat. Jaja, man wird ja weggeschlagen. Mein Rasen, mein Rasenmäher glitscht. Hm. Und trotzdem ist diese... Sieh, ich schlag dich ja weg mit dem Teil. Mein Rasenmäher glitscht in der Wand drinnen. Ich weiss nicht, da müssen wir vielleicht einen Tip oder so bekommen. Also irgendwie rausfinden, wie es geht. Aber das Wifi zu langsam auch, wenn man zu zweit ist, zu langsam. Warte, ich bin weg. Ja. Hm. Vielleicht müssen wir das irgendwie verbinden. Vielleicht aufmotzen irgendwie. Wie? Ich hatte mal, dass man das Holz nicht verwendet. Äh, kaputt machen kann. Hm. Das ist ja, glaube ich, im ersten Part habe ich das schon gefunden hier. Und habe es auch nicht verstanden. Ah, das ist ein Künstler. Ich habe es eigentlich fast geschafft. Wieso geht es jetzt? Es geht einfach jetzt. Ah, vielleicht müssen wir warten, bis es voll ausgewachsen ist. Gras. Also, man muss es aushaben. Warten, bis das Glas alles gewachsen ist und alles weg. Zähl. Dann tut es so... Also, ähm, du musst das aushaben, warten, bis das Glas alles gewachsen ist, dann alles abmähen und dann hast du auch, ja, diesen Helm, den ich habe. Es hat sich neuer Riss geöffnet. Ja, ja. Lassen wir das. Also, einfach ein blauer Riss, oder was? Wo? Ne, es stand, es hat sich neuer Riss geöffnet. Also, mach jetzt mal... Nimm sonst mein Teil, das ja hier ist. Und warte. Ist doch fertig. Ist doch fertig. Also, du hast es auch gelöst. Okay. Ich dachte, du hättest es noch nicht gelöst. Ähm... Da ist die Statue. Ja, der Riss... Der Riss können wir mal kurz anordnen. Also, hingehen. Wo? Da vorne, da hinten. Wo ist die Statue? Da oben auf dem Dach. Wo? Ah, dort! So weit weg. Da muss ich zuerst mal finden. Und da sehen wir wieder ein Kristall. Was ist mit dem Portal? Oh nein, das wird nicht wieder zurück. Ja, wir merken uns die Statue. Warte kurz. Nein! Nein, 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 nein! Fall runter! Nein, kann man sicher hier... Hier ist wieder ein Riss. Aber den habe ich sicher schon. Hm. Ich muss ja nur kurz... Nur kurz die Statue haben. Ich weiß nicht. Ah, hier ist ein Portal. Hört hoch! Ja, wir... Ich hab die Statue. Gleich. Also, ich hab die Statue. Komm zu mir. Ah. Also, als nächstes wollten wir ja... Umriss. Genau, und der Riss ist wo... Ich weiß wo. Sehr gern. Äh, wo? Da. Schade, dass man das Spiel nicht so gut sieht, dass man sieht immer nur das Symbol. Und dann muss man in die richtige Richtung schauen. Dankeschön, du liebes Spiel. Ja, ja, ja. Guck mal, man sieht, man sieht da den Streifen da vorne. Ja, 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 ja. Mhm. Ich drücke immer so zwei Sekunden und ich werfe dich raus, weil das Spiel merkt, oh, du tust zu wenig lange drücken. Guck mal, die, guck mal, die Sonne lächelt wieder. Ah, die hat doch, die hat doch mega depressiv geschaut. Ich war auch tot. Hier oben ist, wollen wir in den Riss rein? Ah, die, die Sonne, die ist K.O., also die hat Sternchen. Also hoch, äh, wo ist jetzt der Riss? Ich sehe ihn nicht. Muss er aussteigen, ne? Darum. Wollen wir hier noch, wollen wir in den Partner noch rein? Ja, wir haben ja Zeit. So, acht Minuten haben wir noch Zeit. Ach, Meno. Mann! Von der, vom Spieldesign, man, man tut halt immer die ganze Zeit irgendwo abprallen oder runterrutschen. So, kann man einfach nicht so gut hoch, wie man will. So, ich habe Hängebrücke, komm. Komm auf die Hängebrücke, komm. Komm hoch. So. Hier ist Bomb Dispens, oh, geil. Komm, Bomben oder was? Hui! Oh. Ich bin voll drüber, gell. Gefallen. Rolling. Ich habe hier noch, ich habe hier noch keine Goat-Statue eingesammelt. Eingesammelt. Ich tue den Roboter, warte kurz, ich tue den Roboter umführen. Möchte unbedingt Arme tüsten. So. Komm, genau. Was, Puzzle Universum? Yay! Ich liebe Puzzles. Oh nein, ich hasse Puzzle. Nein, nein. Was löse ich? Ich bin ein Genie. Genau so, wie ich steuern kann. Also. Dann. Oh, wir haben Wald. Ist das Minecraft? Hm. Hier sind drei Dinge. Also, wir müssen drei Zahnräte zum Laufen bringen. Ja, klar so wie ich reden kann. Kann ich auch Puzzles werden. Oha. Ah, du weisst, hier sind so viele Hebel. Hm. Ah, das ist sicher, da gibt es sicher einen Trick. Ich würde den machen, wenn du die Lösung eigentlich so ein bisschen erfahren hast. Also. Ähm. Schau eben. Also, einen habe ich schon richtig umgelegt. Ah. Du musst reinfolgen. Also, einer geht, die anderen gehen nicht, dann geht der nächste und so weiter. Ich bin runtergefahren. So ein Mist. Okay. Aha, das ist das. Hm. Und dann? Sind alle aus. Also, der ist an. Ja, ich hatte alle, die rot leuchten, sind an. Das ist. Ich hatte aber eine, der leuchtete grün. Aha, und die sind falsch an. Und, aha. Die sind falsch an. Ja. Und, aha. Grün. Sehr gut. Die sind falsch an. Also, grün heisst richtig und rot ist natürlich wieder falsch. Ja. Okay. Das heisst. Wir müssen einfach alle wieder ausmachen, alle wieder anmachen, bis der grüne kommt. Ja, ja. Du hast alle rot an und die sind ja falsch an. Also, die falsche Reihenfolge an. Nein, die sind ja, die sind richtig. Hab, hab alle. Hab offen. Okay. Irgendwo hat es nochmals. Hast du doch keine grünen? Ja, ist ja easy gewesen. Also, hm. Ah, du hast es irgendwo anders vielleicht noch. Ja, genau im Wald hat es ja auch noch gehabt und das habe ich nicht gesehen. Da ist nämlich ein grün an. Ah, vielleicht ist der einfach grün angegangen. Wow. Diese Rätsel immer. Man ist trotzdem noch verwirrt, obwohl man das Rätsel gelöst hat. Sehr schön. Oh, ich liebe diese blöden langweiligen Gänge. Ah, TNT. Okay. Ah, das ist Laser. Hier ist das Laser. Also, man muss hier rüber. Dann in eine andere Richtung. Ah, das explodiert dann. Dann entgegen wir da. So. Und dann hier in das Laser. Also. Wir müssen das verbinden. Wir müssen das verbinden. Ja, ja. Aber in die richtige Richtung. Jetzt muss man eins drehen. Zwei drehen. Doch mal. Ja. Und hier auch noch mal. Jetzt muss man das hier drehen. Genau. Das gibt es viel. Das gab es damals schon in Factory Story und so. Noch eins? Nein, hier ist wieder ein Ding weg. Mach du sonst die anderen Laser auch schon richtig. Nein, nein. Ja, warte, 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 warte. Jetzt müssen wir hier aber noch. Ich töte mich kurz. Ich glaube, es müssen alle verbunden werden. Ja, ja. Au. So. Und dann hier weg. Ah, hier wird jetzt. Hier weg. Und dann ist es falsch. Äh. Und in die Söhle hier. Nein. Ah, in die Richtung. Noch eins? Zweimal? Noch einmal? Und dann das weg? Ja, jetzt haben wir es gelöst. Hehehehe. Yay. Zuschauer. Okay, es ist wirklich nicht schwer gewesen, dieses Zeugse. Bis jetzt. Ist ja logisch. Also man kommt ja drauf. Oh, man kann zeichnen. Ja. Zeichne mal bitte für mich. Ey, du machst Fehler. Das ist genauso wie bei Super Mario Odyssey. Hehehe. Da muss man auch... Also macht man auch immer wieder Fehler. Mann, das ist so billig gemacht. Ah. Ich kann... Doch, jetzt kann ich auch. Mann. Ey, ich male schöner als du. Ey, wunderbar. Ah. Oh, noch mehr. Kann man die eins sammeln, die Farben? Ach komm schon. Ich bin besoffen. Guck mich an. Du bist noch besoffener. Yay. Also man muss nur zum Ende. Man muss gar nicht alles anmalen. Und die... Oh, Belschi. Aha. Kennst du das? Mein Sweeper. Das ist geil. Wir müssen schwarz... Wo ist es schwarz? Hä? Wo sind die schwarzen Bälle? Wir müssen viermal schwarz reintun. Ah, wir müssen wissen, was schwarz ist. Also wir müssen testen. Einfach eine Farbe nehmen. Wenn es richtig ist, wird es grün. Ich glaube, das ist nicht grün. Äh, das ist nicht richtig. Ist es grün? Nein, es muss rot leuchten oder so. Also wir müssen einfach das immer wieder rausnehmen. Ist grün. Also jetzt ist grün. Also das Rote ist richtig. Die anderen sind falsch. Und wie kann man die rausnehmen? Ah, die rausschlecken. Ah, rot. Also hier ist immer rot. Ja, okay. Hier ist immer rot. Rot ist doch... Hä? Rot ist jetzt nicht mehr richtig? Eine andere ist richtig gewesen. Eine andere Farbe. Oder eine andere Position. Einfach mal wieder testen. Nein, das ist... Hm. Also einfach nicht mehr resetten, weil sonst wird es wieder zurückgesetzt. Ähm... Ja, das ist relativ schwer. Also ich habe immer Probleme gehabt, richtig anzuordnen. Aber ich wusste dann immer, was richtig ist. Aua, halt. Okay schon. Ich will doch nur... Gewinnen. Oh, weiss ist richtig. Ah, weiss ist richtig. Weiss ist richtig. Also weiss nehme ich mal. Und dann... Hä? Jetzt ist es aber nicht mehr richtig. Dann ist grün richtig, oder? Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ah, jetzt habe ich verstanden, wie das geht. Ja, aber... Hä? Wieso geht es denn hier nicht mehr? Ich verstehe. Das Spiel ist ein bisschen anders. Hm, hm. Du musst die Reihenfolge suchen. Ja, ja, die Reihenfolge, aber bei jedem... Oh, hier. Zwei. Zwei sind richtig. Dann ist es weiss und lila. Pink. Lila, pink, ja. Aber immer richtig anruhen, hm. Ja. Aber jetzt ist es auch wieder nicht... Ah, bis... Bis am Ende. Ah, stimmt. Ja, so wie... Blau, 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 blau. Blau, ja. Aber gelb muss noch hier sein. Das zweite ist blau, das zweite ist blau. Warte kurz. Äh, das muss vielleicht gelb sein. Nein. Hm, das ist doch ein bisschen schwieriger. Vielleicht auch lila? Nein. Ja, lila muss an die dritte Stelle. Ja, ja, schon. Aber ich meine auch lila. Es geht nach zweifahren. Ich sage grün. Ich sage rot. Ja, rot ist richtig. Hä? Jetzt nehmen wir aber andere. Dann ist es oben rechts. Also von mir aus oben rechts. Ähm... Rot. Nein, nicht rot. Also die zwei, wo du siehst, die an sind, sind lila und weiss. Also muss man einfach rot und blau nochmals anders machen. Verdrehen. Und machen wir die anderen. Ja. Machen wir die anderen. Also machen wir weiß. Oh, wir könnten es schaffen. Hä? Ne, bei ist weiß und so weiß und rot ist richtig. Okay, dann machen wir weiß und rot. Ne. Ne, die untersten heißen das die hinteren, oder? Es ist eben die Anordnung. Es ist eben die Anordnung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so, dass... Das erste ist ja weiss, aber das ist hier falsch. Also... Ist das erste wahrscheinlich rot? Ja, ja. Das erste muss rot... Also das rechte muss rot sein. Ganz rechts. Da oben. Oder ja. Nein, nicht das. Das da. Das muss rot sein. So. Das erste ist rot. Und das letzte ist rot. Gut. Und... Ähm... Das erste ist... Weiss. Das erste muss immer weiss sein, oder? Oder das zweite Blau. Das zweite Blau. Ach komm schon. Jetzt haben wir alles durcheinander. Hä? Also das erste ist richtig. Das zweite ist falsch. Das erste und das dritte ist richtig. Das zweite ist rot. Das zweite ist rot. Das dritte ist lila. Und das vierte muss irgendwas anders sein. Grün. Grün. Warte, warte. Lass mich lassen. Warte mal an. Grün. So. Lila. Und dann noch... Äh... Rot. Ja. Und dann haben wir es geschafft. Nein! Grün ist richtig. Grün ist richtig. Also grün muss hier hin. Dann ist unten rechts grün. Ja, ja. Hä? Nein, nicht dort. Das hab ich jetzt hier gemacht. Das ist kaputt. Also... Ja, so grün. Aha! Äh! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Was? Gelb. Warte, hier guck. Gelb, weiss, weiss, blau. Ach komm schon. Warte, man muss so gucken. Blau, weiss, weiss. Blau, weiss, weiss, gelb. Mach mal da grün weg. Blau. Ey, hallo. Mein, 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 mein. Mein, mein, mein. Mein, mein. Mein Kopf wächst immer mehr. Wir haben einfach geschummelt, ey. Oh nein! Oh nein! Wir haben geschummelt. 50 plus 5 sind 55. Das ist ja so einfach. Nein, nicht 58. Nein, nicht 58. Hä? Äh, da, zurück. 5 und jetzt nochmal 5. Ey, du kannst rechnen! Mann! Mann, du bist so gut! 22! Mann, du bist so gut, ey! Oh, das ist in 8. Oh. Bist du schon in der Schule? Na, falsch. Ja, wo ist denn hier die 1? Oh. Nein, die 2, ja. Du bist jetzt mal bitte. Ja. Sonst mach ich's, ich bin ja der Letzte. Das ist in 8. Ach so, so geht das. Ne, hä? Du musst nur rausfinden, welche Taste welches ist. Du musst nur rausfinden, es ist jetzt voll verdreht. Nur rausfinden im Ständigen. Mann, wo ist die 2? Da, ja. Die 2 und wo war die 3? Ne, 28. 2 nochmal. Und? 3? Ja! Es ist einfach voll verdreht. Oh nein, das ist ja mega schwer, hey. Wo ist die 1? Da! Ja genau, drück sie! Drück sie! Drück sie! Ich muss helfen. Yes! Es ist gleich unter mir. Ey, das ist so geil gemacht. Liebe unter... Oh! Das ist schwer. Die 666 oder so. Hm. Wieso habe ich so einen Kaktus? Aber schau mal, es wächst immer mehr bei mir. Guck mal, 69. Liebe ist gleich 69. Ja. Also Satomasa musst du nicht unbedingt können. Bei Liebe. Hä? Da steht sicher irgendwo hinten dran oder so. Geh mal weg, du Fernseher. Ja. Die Liebe ist wahrscheinlich einfach... Warte kurz. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Okay. Warte, lass dich mal kochen. Was sieht aus wie ein... Ah, ein 3. Liebe 3. Dann ist es ein Herzchen. Ja. Mann, so logisch. Wir sind so blöd. Schach kann ich spielen. Oh nein, ich hasse Schach. Ich kann Schach spielen. Also was müssen wir machen? Wir müssen den König... Also den König müssen wir kaputt machen. Ja. Ich wollte es mit der Dame kaputt machen. Die Dame auf den König rauflassen. Oh ja, das ist das. Das ist cool. Einfach nicht mehr drehen. Ah, man muss sie holen irgendwo. Ah, hier. So einen habe ich mal. Oh, das ist scheiße schwer. Nein, das ist einfach. Sie gehen gleich rauf. Jetzt. So, und? Wo ist jetzt noch eins? Ah. Wo ist jetzt noch eins? Oh Mann. Ich hasse Öl. Ja, das ist die einzige. Achso, mein Gott, das ist ein falsches Stück. Ja, ja. Wo ist das andere Stück? Hier, hier ist eins. Nein, das ist aber falsch. Oh nein. Du musst ein Doppel haben. Ah, hier ist es. Ich habe es. Ich sehe es. So. Das Doppelteil, weißt du, ist also zwei Ecken. Und? Hä? Nein, mach mal das weg hier. Hm. Ich hätte das Doppelteil. Nein, das passt ja gar nicht. Wo ist denn das Doppelteil? Ah, das ist gar nirgendwo. Ich musste nur einmal ein größeres Teil hin platzieren. Also mach einfach die Kleine. Boah, und das nervt. Oh. Hey, ich habe 36 Minuten schon. Kennen Sie das? Wenn du noch ganz klein bist und das nicht verstehst. Hä? Das geht gar nicht rein. Ja, toll. Und wie mache ich das jetzt rein? Oh, es geht rein. Ja, aber es muss einfach. Ey. Ich bin noch zu jung. Ich kann es noch nicht machen. Ne, ohne. Hilf mir das auch rein zu machen. Ja, es ist reingefallen. Jetzt umfallen. Ah, umdrehen. Ich muss irgendwie drehen können. Was? Du bist zu stark. Ich kann das nicht drehen. Und jetzt einfach so umfallen. Jaaa. Oh, das ist so viel schwerer, weil die Störung nicht so klappt. Nicht so. Wir müssen drehen. Wir müssen drehen. Jetzt. Naaa. Irgendwie umfallen. Ja, genau so. Ja, ja, ja. Noch ein bisschen. Du musst noch ein bisschen. Du musst noch ein bisschen. Ja, es geht nicht so gut wie immer. Stopp, lass. Stopp, stopp. Ja, ja. Aber nein, du drehst. Ach, Mano. Ist so schwer. Nicht so in die Richtung. Nein. Drehen, drehen, drehen. Ja, ja. Jetzt, 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 jetzt. Ah, Mann. Es dreht nicht gut. Warte, warte. Ich zieh von der anderen Seite. Ja, ja, eben. Ja. 90 Grad. Ja, ja, ja. Nein, nein. Jetzt jetzt hoch, hoch, hoch. Ah. Ist doch richtig da. Ja, ja. Jetzt aber. Draufstampfen. Was? Jetzt. Ah. Unklang beschwer. Nein. Und hier Tafeln. Oh. Physik. Das ist geil. Hey, das sind alle. Das ist wie eine Schulklasse. Gehirn. Komm, wir machen das Gehirn kaputt. Yes. Wir haben gewonnen. Wir sind jetzt ein Genie. Oh, ja. Ey. Der Zeitstein. Wie geil. Jetzt haben wir Zeitmanipulation. Jetzt kommen sicher irgendwelche Roboter und alte. so Neandertaler oder so. Oder Dinosaurier. Schlaue Ziege. Zweig bis dann in einem Part. Geil. Was ist der Zeit... Also, ja. Der Intelligenzstein. Äh, der Zeitstein. Knowledge heisst ja Wissen. Es ist nicht der Wissensstein. Ja, komm, die Tonnen. Und was ist das? Ja. Was ist das für ein Haus? Das Gebäude, wo wir drin waren. Aha, stimmt. Ich dachte so, es wäre irgendwas Spezielles oder so. Naja. Okay. Gut. Dann machen wir im nächsten Part dort weiter. Dort drüben. Oder wir machen hier weiter und gehen dann noch dort drüber. Und ja, es ist halt ein längerer Part. Wir werden ja die Entwickler wieder übertreiben. Aber mein Gras ist gewachsen. Also Gras drüber. Wir rauchen es. Nein. Und... Tschüss, Freunde. Tschüss. Tschüss. Ah, was ist das? Ich habe auch noch angesprochen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.